Einen Kesselbuntes gibt es heute bei Franconian & Western, nämlich Kesselwagen von Trixx und auch einer von Pico. Dranbleiben, nach dem Intro geht's los. Seit kurzem erhältlich und mittlerweile auch schon wieder fast ausverkauft ist ein 6er Set mit Kesselwagen von Trixx unter der Artikelnummer 24206. Darin enthalten sind jeweils drei Kesselwagen der Vascosa und drei Kesselwagen der Ermeva. Bei den Vascosa-Wagen handelt es sich um ZANS, bei den Ermeva-Wagen um solche der Bauart ZACNS. Allen sechsten gemeint ist aber, dass nur die Hälfte des Wagens in den Farben der jeweiligen Betreibergesellschaft lackiert ist. Die andere Hälfte ist in den Farben der österreichischen Mineralölgesellschaft OMV gehalten. Von Pico ist ein baugleicher Wagen in den Farben der Vascosa unter der Artikelnummer 54912 erhältlich. Das kann es allerdings mit dem Trixx-Modell nicht aufnehmen. Allein die Laufbleche auf dem Dach wirken deutlich einfacher und sind auch in Schwarz statt in Silber gehalten. Das setzt sich auch im Bereich der Absperr- und Bremshebel fort. Lediglich im Bereich der Bremserbühne können beide Modelle nicht so richtig überzeugen. Hier wirkt auch das Trixx-Modell sehr einfach gehalten. Bei den Drucken gibt es gar nichts zu meckern. Die sind bei allen Modellen tadellos ausgeführt und auch bei sehr großer Vergrößerung noch sauber lesbar. Während die Trixx-Wagen Kerosin transportieren, bleibt der Inhalt des Pico-Wagens ein Geheimnis der Sonneberger. Die Gefahrntafel fehlen bei diesem Modell. Im Bereich des Daches bleibt noch festzuhalten, dass Trixx die Bauartunterschiede zwischen ZANS und ZACNS umgesetzt hat. Bei beiden Herstellern bekommt man keinerlei Zurissteile. Für die Vitrinenbahner mag das von Nachteil sein, aber der Modellbahner mit Anlage freut sich über sehr schöne Modelle in ausgezeichneter Bedruckungsqualität für einen aktuellen Kesselwagenzug. Die Trixx-Wagen kommen laut Liste auf 45 Euro pro Wagen. Das Pico-Modell ist, zumindest laut Liste, sogar noch 5 Euro teurer. Aber trotz seiner dargestellten Mängel gegenüber den Trixx-Modellen hat es zwei entscheidende Vorteile. Zum einen ist es keine nervige Einmalauflage, die sofort wieder ausverkauft ist, sondern nach wie vor erhältlich ist. Zum anderen ist der Straßenpreis deutlich unter 40 Euro angesiedelt.